Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich dein Samsung Galaxy S5 hier wieder richtig auf die Werkseinstellung bringen kannst, wenn dieses einfach schon sehr langsam ist oder vielleicht sogar sich schon darauf ein Virus befindet. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wenn du dein Handy hier jetzt zurücksetzen möchtest, dann sollte es normalerweise von der Geschwindigkeit her in etwas so sein, als ob du es das erste Mal nach dem Werk benutzt. Zuerst einmal musst du in dein Menü hier unten reingehen, dann einmal die Einstellungen suchen, das ist dieses kleine Zahnrädchen hier und nun entweder über die Suchleiste oder einfach mal ein bisschen nach unten gehen und dann genau diesen Reiter hier, Benutzer und Sicherung. Hier haben wir nämlich sichern und zurücksetzen und hier klicken wir jetzt einfach mal noch drauf. Mein Handy schlägt mir hier oben jetzt noch vor, die Datensicherung anzulassen. Das hätte einfach den Sinn, dass zum Beispiel irgendwelche WLAN-Passwörter oder auch App-Benutzungen im Hintergrund auf mein hinterlegtes Google-Konto gespeichert werden. Und wenn ich das Ganze jetzt auf Werkseinstellung zurücksetze, dann habe ich immer noch das WLAN-Passwort zum Beispiel drinnen. Bilder, Musik werden jedoch nicht gespeichert. Ich mache die Datensicherung jetzt mal aus, da ich mein Handy wirklich komplett zurücksetzen möchte. Bilder und Musik habe ich jetzt auch schon auf meinen PC geladen. Das würde ich sicherheitshalber immer machen und dann können wir hier unten mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen klicken und es geht schon weiter. Jetzt wird uns der Hinweis noch gegeben, dass natürlich die ganzen Daten hier gelöscht werden, die wo auf meinem Handy sozusagen drauf sind. Ich möchte jedoch mein Gerät trotzdem zurücksetzen. Jetzt noch das gespeicherte Muster bestätigen, also dein ganzes Muster. Das kannst du hier auch ruhig sehen und dann einmal auf alles löschen gehen. Wenn du hier nämlich jetzt drauf klickst, dann wird dein Handy wirklich komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Diese Sicherheitsmaßnahmen sind natürlich notwendig, nicht, dass du aus Versehen einmal das machen möchtest. Das wäre nicht so gut. Dann auf alles löschen klicken und nun fährt sich mein Handy runter, setzt sich automatisch auf Werkseinstellungen zurück und dann startet das Ganze wieder von neu. Bei mir hat das Löschen von den ganzen Daten am Handy und auch der Neustart dazu in etwa 5 Minuten gedauert. Also keine Angst, kann sich etwas ziehen und jetzt muss ich ja mal noch die ganzen Standardeinstellungen einstellen. Das wäre dann zum Beispiel in welchem Land ich lebe, welche Zeitzone und so weiter. Und wenn ich das alles eingestellt habe, habe ich mein Handy auch schon wieder erfolgreich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Auch noch kurzer Hinweis, diese Anleitung jetzt zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellung ist nicht nur bei dem S5 möglich, sondern auch immer so ähnlich bei allen anderen Samsung-Modellen. Wenn dein Handy jetzt nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellung immer noch relativ langsam ist und du sowieso schon mal am überlegen warst, ob du dir vielleicht ein neues, entweder Samsung Galaxy oder vielleicht sogar ein anderes Handy zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du eine sehr hohe Qualität vom Markenherstellen zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also ein Samsung Galaxy S5 oder auch irgendein anderes Handy zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt auf Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.